Vor wenigen Wochen starb Star-DJ Avicii im Alter von 28 Jahren. Nicht nur für die Musikwelt ein herber Verlust. Über die Todesursache wird immer noch spekuliert. Ein Statement der Familie deutet jedoch an, dass es sich um einen Suizid gehandelt haben könnte. Nun wurde bekannt gegeben, wie er beerdigt werden soll. Tim Berglings Familie gibt bekannt, dass die Beerdigung von Tim im Kreis seiner engsten Angehörigen stattfinden wird und bitten die Medien, dies zu respektieren. So eine ehemalige Sprecherin.